Wir freuen uns sehr, Sie wieder herzlich willkommen begrüßen zu dürfen. Bei uns sind bei Bärmann Automobile. Sie dürfen wieder Probefahrten machen. Sie dürfen uns wieder jederzeit besuchen. Zwischen 9 und 18 Uhr sind wir für Sie da. Sie dürfen wieder in die Autos rein. Sie dürfen wieder alles anfassen, alles ausprobieren. Sie können wieder bei uns die professionelle Beratung zum Thema Entzahlungnahme, Leasing, Finanzierung, alles rund um den Fahrzeugkauf in Anspruch nehmen. Wie Sie unschwer sehen können, haben wir noch einige Hygienemaßnahmen, die wir vorhalten müssen. Der Mund-Naschenschutz ist nach wie vor unumgänglich. Die Desinfektion der Hände machen wir auch nach wie vor noch. Nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen, dass wir nach monatelangem geschlossenen Haus wieder aufmachen, persönlich Kontakt pflegen können. Und ja, bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Alles Gute. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.